Hi und willkommen zu einem neuen Video. Diesmal gibt es eine Roomtour, nachdem ich demnächst ausziehe und nach Berlin ziehe, für alle, die es noch nicht mitbekommen haben, dachte ich mir, ich zeige euch einfach mal die Wohnung. So wie sie jetzt gerade ist, nicht wundern, es sind schon so ein paar Sachen weg, beziehungsweise schon in Kisten, heißt es ist nicht mehr alles so, wie es mal war, aber fast. Also los geht's. Diese Fußmatte habe ich nur, weil da fast Therese steht. Ja, und nachdem ich niemanden habe, der für mich filmt oder der Mikro die Tür öffnen könnte, gehen wir einfach so rein. So, Eingangsbereich. Hier steht die Katzenkiste, weil ich gleich noch zum Tierarzt muss. Da sind ein paar meiner Schuhe, daneben auch nochmal, Jacken, Flur. Ich überlege gerade, wie ich euch diese Wohnung am besten zeige, aber wir fangen einfach mal so an. Ich werde einfach mal ein bisschen dazu sagen, das Ding ist selbst gemacht. Wenn irgendwas selbst gemacht ist, wenn ihr Bock habt, wenn nicht, vielleicht lasse ich es auch oder vergesse es. Ich weiß es noch nicht. Mal gucken. Vielleicht kommt hier auch Musik drüber. Das darf eigentlich alles Annika entscheiden. Wir fangen an im Gäste-WC. Das ist hier. So sieht der Spaß aus. Da gibt es auch Katzenkloß. Ist nicht groß, ist klein, ist fein. Hallo, hier bin ich. Hier ist einfach auch nur so ein kleiner Spiegel. Das war es auch schon wieder. Schauen wir mal aus, das Licht hier. Achso, hier hängen Jacken und Taschen. Und dann... Ich bin voll überfordert. Ich weiß gar nicht, was ich euch zeigen soll. Hier, das Bad. Das ist nicht so... Also es ist halt auch einfach nur ein Bad. Dusche. Fenster, die ich mit Folie abgeklebt habe. Das ist so eine Milchglasfolie, weil ich nicht wollte, dass alle Nachbarn hier reingaffen können. Ähm, ja. Waschbecken. Zwei Schränke. Und hinter der Tür ist irgendwie auch noch so eine Heizung. Wie heißt das? Handtuchheizung heißt das. Ja, und eine Badewanne gibt es auch. Ich bade mir überhaupt nicht gerne. Aber theoretisch gibt es eine Badewanne. Warum habe ich die ganze Zeit mit einem Schlüssel in der Hand? Keine Ahnung. Weg damit. Ja, hier drin, das ist so mein Streamzimmer, beziehungsweise, ja, eigentlich reines Streamzimmer. Ich habe halt alles irgendwie reingestellt, was ich sonst nirgends mehr unterbringe. Ähm, ja, das ist so der Streamhintergrund, beziehungsweise, das sieht man eigentlich immer nicht so, aber das sieht man immer so ein bisschen. Und dann sind da die Nanoleaves, die jetzt gerade aus sind. Ich habe nämlich für euch sogar extra die Jalousien hochgemacht. Normalerweise ist die nämlich immer zu. Und die hier ist immer so halb zu oder ganz zu, je nachdem. Ähm, weil das ziemlich doof ist mit Kamera und dann Licht. Also, äh, da ist die Kamera. Und da habe ich das künstliche Licht. Ähm, zwei Gato Keylights und dieses Ringlicht. Ähm, aber wenn man dann halt immer unterschiedliche Lichtverhältnisse hat, von hier und hier, je nachdem wie sonnig oder bewölkt es eben ist, ist das gar nicht so nice. Ähm, ja, das ist mein Schreibtisch, mein PC dazu. Falls euch das interessiert, gibt es eh nochmal so ein separates Video. Das habe ich vor einer Weile mal gemacht, aber das ist immer noch alles aktuell. Ähm, ja, dann habe ich hier ein kleines Fitnessgerät. Das muss auch hier stehen, weil ich sonst nicht weiß, wohin damit. Ähm, das ist ganz gut eigentlich, wenn man den ganzen Tag sitzt. So zum Ausgleich. Auch hier wieder ein Katzenklo. Und, äh, das hier haben wir auch noch im Angebot. Das habe ich mir in einer Spontane Aktion auf Ebay Kleinanzeigen gekauft. Ähm, ich sag mal so, ich benutze es nicht so oft. Übrigens, hier ist ein Spiegel. Hi, ich habe sogar extra Schuhe angezogen heute. Das sieht einfach so seltsam aus, wenn man winkt. Egal. Wir gehen mal weiter. Zack. Ähm, hier ist die Abstellkammer. Das zeige ich euch nur ganz kurz, weil das ist halt eine Abstellkammer. Da gibt es einen Mülleimer, Geschenkpapier, Katzenfutter, Menschenfutter. Da drüben, da sieht es ganz schlimm aus. Schnell weg hier. Küchenmaschinen. Weiteres Food. Windeltüten. Nicht, weil ich ein Kind habe, aber weil ich Katzen habe, ja. Und ein Staubsauger. Und, ja, hier steht halt, steht halt alles, was man so braucht. Aber was ganz nice ist, wenn es eben nicht direkt mitten in der Wohnung steht. Ähm, oder mitten in der Wohnung. Ja, dann zeige ich euch erst das Schlafzimmer. Da sind wir nämlich schon dran vorbeigetuckert. Das ist hier. Das ist, glaube ich, so das Chaotischste. Da sind ein paar Klamotten von mir. Dann ist hier das Bett. Da schlafe ich. Wunder was. Hier ist eine Kiste, da sind Kisten. Und, ähm, ja, hier ist mein Schminkplatz im Endeffekt. Ähm, da ist so mein Kamera-Equipment drinnen. Und da bin wieder ich. Und da sind meine Klamotten drin. Meine anderen Klamotten. Ja, weiter geht der Spaß. Äh, jetzt gehen sie ins Wohnzimmer. Wohnzimmer, ähm, und Küche tatsächlich. Äh, Esstisch. Da liegt gerade auch mein Handy. Und ein Apfel. Es ist Obst im Haus, meine Freunde. Hier haben wir ein selbstgemachtes Birkenregal. Das ich leider nicht mit nach Berlin nehmen werde. Weil es einfach viel zu groß ist. Ähm, passt leider nicht. Äh, ich werde aber ein paar Möbel einfach irgendwo lagern. Ich habe nur noch keinen Platz. Aber ich hoffe, dass ich einen finde. Ja, dann hier Fernseher, Switch, der kleine Helfer. Und Kratzbaum und Katzenklo. Ähm, ja, das ist Katzenklo Nummer 3, falls ihr mitgezählt habt. Der Kratzbaum, ähm, ist gerade so drei Jahre alt. Und der ist einfach kaputt. Beziehungsweise, was heißt kaputt? Man kann die Teile nicht tauschen. Also es gibt keine Ersatzteile. Und wie man sieht, sind die Katzen begeisterte, äh, Kratzer. Also, ich will eigentlich auch so eine in der Art wiederhaben, mit so ein bisschen dickeren Säulen und längeren Säulen. Weil ich habe zwei meinen Kunz. Und ja, ähm, die sind relativ groß. Und die sind froh. Man sieht es ja auch, wenn die ein bisschen weiter oben kratzen können. Also wenn die sich auch mal strecken dürfen beim Kratzen. Das ist auch der Grund, warum ich so eine 1 Meter Kratztonne habe. Die ist ganz gut. Das genießen die ganz gerne. Was? Wie gibt das Sinn? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall kratzen sie da ganz gerne, weil sie sich da halt voll ausstrecken können. Also, wir können sie voll nach oben. Und dann halt auch ganz oben reinkrallen. Ähm, dann ist hier das Sofa. Unspektakulär. Und hier gibt es nochmal ein bisschen was für die Mietzikatzis. Ähm, ja. Dann haben wir hier die Küche. Die kennt ihr ja vielleicht schon aus dem ein oder anderen Kochstream. Da unten ist immer die Futterecke. Hier ist eine schlecht bemalte Tafel. Ja, recht viel spannender wird es nicht. Da steht ein Glas zu trinken von mir und meine Kaffeetasse von heute Morgen. Kaffeemaschine. Ja. Und eine Süßkartoffel. Ich muss einkaufen gehen. Ich habe nicht mehr so viel da. Ja, da ist nochmal ein Katzending. Da ist auch nochmal was für die Katzen. Und, last but not least, die Katzen. Und der Balkon. Es gibt nämlich auch einen Balkon, der natürlich katzensicher ist. Ich weiß nicht. Ich glaube, man sieht es. Hier ist so ein Katzennetz. Ähm, hier ist Hermine, die ein bisschen gerupft aussieht, weil ich ihr die Filzstellen rausgemacht habe, weil die Nase irgendwie ein bisschen zu doof ist, sich selbst ordentlich zu putzen. Und die denkt jetzt, weil sie auf dem Balkon war, ist es irgendein fremder Besuch. Aber es bin nur ich. Es war doch nur ich. Ist doch alles gut. Naja, geh gucken, Mausi. Geh gucken. Oh Gott. Sie hat ein bisschen Schiss. Und hier ist Levi, der durch Hermine jetzt auch denkt, dass da irgendjemand ist. Aber es ist niemand da, Leute. Es bin nur ich. Geht ruhig gucken. Ähm, und da hinten, ja, das ist noch, achso, ja, das ist auch selbst gemacht. Palettenmöbel, man kennt's. Ähm, hier haben wir noch Gina, die kleine Maus. Die, äh, habe ich euch, glaube ich, noch gar nicht so erzählt. Also im Stream ja, aber hier noch nicht. Ähm, die wird auch mit umziehen, aber die wird nicht zu mir ziehen. Die wird zu jemand anderem ziehen. Ähm, weil drei Katzen auf einer so kleinen Fläche wie meine Wohnung dann sein wird. Also ich habe jetzt gerade so 94 und, ähm, in Berlin werden es dann so gut die 50 sein. Äh, es ist einfach nicht cool mit drei Katzen. Außerdem, man sieht ja auch, sie ist immer so ein bisschen separiert. Sie hat immer ganz gerne ihre Ruhe von den anderen Katzen. Aber hier gibt es einfach eine kleine Sitzecke. Ich werde jetzt mal nicht zu weit oder zu viel aus dem Balkon rausfilmen, weil ich ja auch noch Nachbarn habe, die ihr vielleicht nicht stalken solltet. Ja, aber das ist so im Groben und Ganzen, äh, meine Wohnung, beziehungsweise war meine Wohnung. Ich werde ja demnächst umziehen und, äh, dann bin ich woanders, ne? Ja. Ich weiß nicht, soll ich nochmal irgendwie kurz die Küche zeigen oder so? Ich weiß es nicht, ich bin ein bisschen hin und her gerissen. Ähm, das ist auf jeden Fall nochmal die Küche. Hier nochmal ein kurzer Blick aufs Wohnzimmer. Dann hier einmal drehen. Dann sieht man hier den Fernseher. Dann gibt es hier dieses Regal. Hier ist dann der Esstisch mit sporadischer Dekoration und einem Apfel. Ganz wichtig. Ja, und dann würde ich sagen, habt ihr die Wohnung jetzt auch gesehen? Und hier nochmal ein extra Blick auf meine... Wie nennt man das? Caps? Caps nennt man das. Ja, ich muss jetzt nämlich zum Tierarzt. Äh, mit Gina. Heißt, schön, dass ihr da wart. Jetzt, äh, aber raus mit euch. Tschüss. Achso, hier ist auch noch ein Spiegel. Tschüss.